Heute früh habe ich mich so aufgeregt über Fotografen und eine Mutti aus dem Kindergarten. Letzte Woche kam ein Fotograf in den Kindergarten, um die Kinder zu fotografieren. Niemand hat mich gefragt, ob er das darf. Er ist einfach gekommen und hat Fotos gemacht. Jetzt sind die Fotos fertig und es wird von den Eltern erwartet, dass man sie kauft. Ich habe mir ein Foto angeguckt und die Leiterin meinte, das kostet 24 Euro. Und ich bin ausgeflippt. Was? 24 Euro für ein Foto von meiner großen Tochter, die ich eh jeden Tag sehe? Ich weiß, wie sie aussieht. Ich mache täglich 20 Fotos von ihr. Ich habe schon einen Fotografen. Es ist mein Smartphone. Dann hat mich aber die Leiterin beruhigt, weil es hat sich herausgestellt, dass es mehrere Fotos sind für 24 Euro. Und das ist okay. Aber was nicht okay war, war die Mutti, die neben mir stand, die das alles mitbekommen hat und meinte, Das ist doch gar nicht teuer. Schließlich müssen Fotografen auch von etwas leben. Ja, okay, müssen sie. Aber doch nicht auf meine Kosten. Soll sie doch den Fotografen bitte einfach adoptieren, den Hobbyraum freiräumen und ihm halt ein schönes Plätzchen liefern. Damit er nicht verhungert. Also nichts gegen Fotografen. Das ist ja eine Kunst und ich akzeptiere das. Ich gehe auch manchmal auf die Bühne und bekomme echt gutes Geld, damit ich fünf Minuten auftrete. Aber ich gehe nicht in den Kindergarten, ohne vorher die anderen Eltern zu fragen, und trage dann den Kindern einen Text vor, den ich nachher dann ausdrucke und den Eltern für 100 Euro verkaufe. Das mache ich nicht. Wiewohl ich schließlich auch von etwas leben muss. Es sind 80 Kinder in dem Kindergarten auf 24 Euro. Hochgerechnet sind es 1700 Euro für einen halben Tag Arbeit. Ich glaube nicht, dass er verhungern wird. Und falls er doch am Verhungern ist, dann soll er bei mir klingeln. Er kriegt ein Stück Brezel. Und ich mache ein Foto von ihm. Schenke ich ihm. Ein Foto von ihm. Der Fenster kann durch.